Tag Leute und damit herzlich willkommen zu einer Runde One in the Quiver auf MindPlex. So ich hab jetzt mal wieder entdeckt, dass ich den Spülmonus ja eine ganze Zeit lang richtig hart gesuchtet hatte und bin gerade richtig geil im Flow drin gewesen und jetzt dann auch mal wieder nicht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob ich gerade richtig krass gut bin oder nicht. Oh, nein. Ah, Mist. Oh, ich bin gar nicht gestorben. Ups. Und ja, dieser Spielmodus, ich hab jetzt bisher alle Runden gewonnen, die ich hier gerade gespielt hab. Äh, ich dachte mir, jetzt nehm ich doch mal ganz schnell auf, weil, ach, ich hatte schon vergessen, wie geil der Spielmodus ist. Man ist einfach in diesem Spielmodus wirklich, das ist der Einzige, bei dem ich das erlebt habe, dass man wirklich so richtig hart im Flow ist, dass man wirklich richtig, richtig geile Performance abliefert hier. Oh, geil. Was? Oh, was? Okay. Der wollte wohl durch mich durchlaufen. Da hab ich den einen erwischt. So, du. Dankeschön. Und du. Nicht. Ach, kacke. Vorbei. Nein. Du. Krieg ich dich? Nein. Schade. So. Wo gehen wir denn lang? Hier. Äh, komm schon. Dich. Und. Nein, du bist nicht so lang gelaufen, wie ich gedacht hätte. Ach, fuck. Okay, aber. Bin knapp erster. Sieht nicht gut aus, ich muss mich mehr anstrengen. Was? Wow. Ach Gott, okay. Und dann spring ich ihn noch rein. Das war schlecht. Das war schlecht. Der Pfeil war, glaube ich, ein bisschen zu tief. Wuss. Wie viel? Also, also. Okay, Hacker. Hey. Naja, gut. Aber Hacker sind ja hier leider nichts Besonderes. Äh, Gott. Hält er einfach mal 20.000 Schläge aus. Schade eigentlich. So, ich bin auch gar nicht erster jetzt gerade. Ich muss mich definitiv mehr anstrengen. Und meine Nase ist gerade ein bisschen zu. Ich weiß nicht, warum. Ich bin eigentlich nicht krank gerade. Aber gerade, äh, gerade sieht es nicht so geil aus. Es laggt. Okay, manchmal ist es ein bisschen laggy. Auch vom Ping her hier. Ist ja der US-Server, auf dem ich gerne spiele. Äh, da oben. Nein, okay. Der leckt sich auch weg. Äh, wie sieht es aus mit den Kills? Ja, sieht nicht gut aus. Vielleicht wird das die erste Runde hier, in der ich nicht gewinne. Und das ist dann die Aufnahme. Wow. Äh, ich brauche mal wieder einen besseren Killstreak. Okay, das war jetzt dumm. Komm, du und du und ja, das sieht doch schon mal etwas besser aus. Was? Nein, okay, der eine hat gleich gewonnen mit 18 Kills. Das, ja. Sieht schlecht aus für mich. Aber so eine Runde geht sehr schnell. Ja, okay, ich bin nur Dritter geworden. Wow. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt erzähle. Äh, ja. Gucken wir mal, dass die nächste Runde etwas besser wird. Und da geht direkt die nächste Runde los. Das, jawohl, ähm, ja, die Map ist ganz nice. Eine von den alten Maps, weil es gibt ja mittlerweile auch neue Maps. Nein, was? Wie hat der bitte nicht getroffen? Also das war jetzt, äh, eigenartig. Komm schon, aber euch kriege ich. Ja, okay, wenigstens einen. So, dich habe ich leider nicht getroffen. Komm, ich um dich drum rum. Ja, weg hier, weg hier, weg hier. Nein, schade. Okay, immerhin drei Kills. Besser als nichts. Was? Den habe ich nicht getroffen. Okay, interessant. Was? Ah, der war definitiv hinter mir. Ah, kack. Da dachte ich, der eine geht ein bisschen weiter schneller vorher. Uh, oh Gott. Ah, jetzt bin ich aus dem Flow raus, oder was? Schade wäre es natürlich. Oder auch nicht, oder auch nicht. Nein. Oh, schade, den hätte ich noch bekommen können. Äh, komm, 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 komm. Nein, nein. Oh, fuck, Alter. Das ist der eine auf mich nur gegangen. Fuck. Ja, ja, das sieht nicht gut aus, diese Runde wieder. Ich meine, nicht schlecht, aber es sieht auch nicht gut aus. Nee. Achso, das war der eine Hacker, ne? Der, der gelbe war das, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Ach, Gott. Mensch, die Reaktionen lassen nach. So. Nein. Oh Gott, war das schlecht. Äh, kriege ich hier einen? Na, durch vielleicht? Nein. Okay. Gegen der Hauswand geschossen. Ja, keinen davon wird... Keinen einzigen? Wow. Ja, sicherlich. Keinen einzigen. Das... Oh Gott. Diese Runde verliere ich aber richtig hart. Acht Kills bloß, wie lächerlich. Äh, komm dich. Na, oh. Schade. So. Aber du... Ja, 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 ja. Du da oben. Nein! Ach, fuck. Nee, nee. Diese Runde ist definitiv nicht eine starke. Also keine starke. Nicht eine ist irgendwie doppelte Verneinung. Oder? Ist das eine doppelte Verneinung? Ja, nee. Ja, die Runde war eins. Äh. Auch nicht so krass. Ich warte nochmal die nächste Runde ab. Vielleicht wird die ja etwas besser. So, da sind wir auch wieder in der Runde. Ähm. Leider nur mit 10 Spielern. Was extrem wenig ist, meiner Meinung nach. Für 16 und mindestens 8 braucht es insgesamt. Und der Typ steht AFK. Das heißt First Blood. Geil. Na gut. Dich kriege ich. Und dich kriege ich. Und dich auch. Und dich da hinten gleich nochmal nicht. Leider. Schade. Ja, komm her. Na, da hilft dir dein Bocken auch nichts. Ah, schade. Und da wurde ich von einem Pfeil erwischt. Aber schön vorgelegt mit 4 Kills. Direkt am Beginn. Oh, schade. Und da habe ich leider verfehlt. Und das ist wieder der Hacker, der unendlich Leben hat oder so. War das, glaube ich. Den kann man dann logischerweise nur mit Bogen killen. Weil der ja so oder so instant macht. Äh. Dürfte es zumindest so sein. Ich denke mal, weil das eine Mal war ja eindeutig in der ersten... Eindeutig. Eindeutig. Richtig krass. Ja, es war auf jeden Fall eindeutig, dass der... Nun ja. Gehackt hat in der ersten Runde. So. Oh oh. Der eine hat genauso viel Kills wie ich. Ja. 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 Nein. Schade. Drüber gesprungen. Ach Mist. Den hat er gekriegt. Oder sie. Oder wer auch immer. Okay. Aber ich liege vorne. Sehr schön. Komm jetzt hier aber. Ja. In. Nein. Ganz knapp daneben. So. Und. Nein. Gar nicht erst mit dem gelben anlegen. Vielleicht so mit dem Pfeil. Nein. 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 Ja gut. Und. Nein. Schade. Da hatte ich nicht genug Zeit, ihn abzuschießen. So. Dich hatten wir. Ich möchte gerne den gelben treffen. Ja. Gut. Nehmen wir dich hier. Nein. Okay. Ja. Doch noch. Sehr schön. So. Da hinten sind wieder ein paar Leute. Gib mal her. So. Das. Nein. Oh. Double Kill. Mit dem Axt-Ding. Na. Dann habe ich... Oh. Boah. Scheiße. Und beide Pfeile natürlich verschossen. Das war jetzt schlecht. Und nochmal ein Kill. Wow. 17 Kills schon. Ja. Die Runde sieht doch schon wieder besser aus. Ne. Auf den da oben ziehen wir noch nicht. So. Jetzt aber. Komm du. Dankeschön. Und. Du. Und. Du. Ja. Haha. Hacker als letztes. Nice one. Ach. Das war doch schön. GG. Und das darf ich wieder nicht schreiben, weil. Äh. Gedingenst. Man darf nichts doppelt schreiben. Warum auch immer. So. Aber damit würde ich sagen. Was. Das ist jetzt auch schon mit dieser Folge. Drei hübsche Ründchen. Bei der letzten bin ich dann doch wieder ordentlich in den Flow gekommen. War ganz nice. Wenn euch das gefallen hat. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt mal in die Kommentare. Was ich sonst noch so bringen soll. Oder ob ich das nochmal bringen soll. Ich fand's auf jeden Fall sehr nice. Hat mir Spaß gemacht. Und wer bis hierhin geschaut hat. Äh. Schreibt. Was könnt ihr in die Kommentare schreiben? Hashtag. Ach. Wir nehmen den altbewährten Hashtag. Goldi ist unfähig. Und damit würde ich sagen. War's das mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.